Schon vor einiger Zeit haben Peter und Irmgard Meier ihr Haus verkauft. Sie sind mit ihrem schicken Cabrio durchs Ländle gekurvt, haben eine Kreuzfahrt gemacht und viele nette Leute kennengelernt. Sie wollen das auch, wissen aber nicht, wie sie ihre Immobilie gut verkaufen können? Die Meiers haben da einen heißen Tipp für sie. Eine kostenlose Erstberatung für ihren Immobilienverkauf durch Markus Blum. Und schwupp ist auch ihr Haus zum Wunschpreis verkauft. Markus Blum verkauft auch ihre Immobilie. Transparent und fair. Professionell und diskret. Sachverständig und kompetent. Erfahren und verhandlungssicher. Jetzt kostenlose Erstberatung buchen.